Okay Freunde, lasst uns über diesen DeAndre Ayton Vertrag reden, was das Ganze bedeutet für die Phoenix Suns, für Ayton, für die Zukunft der beiden und vor allem, was möglicherweise jetzt mit einem Kevin Durant Trade zu den Suns passieren könnte. Erst mal ganz kurz, was ist passiert, DeAndre Ayton nach über einem Jahr hin und her mit den Phoenix Suns hat gestern endlich seinen Vertrag bei ihnen bekommen, 133 Millionen Dollar für die nächsten vier Jahre, was ja erstmal nach einem sehr nicen Deal klingt, aber die Suns als Team, das DeAndre Ayton damals gedraftet hat, hätte auch die Chance gehabt, ihm einen 177 Millionen Dollar zu 5-Jahres-Vertrag zu geben, also die maximale Rookie-Vertragsverlängerung, die man hätte anbieten können. Und die wollte DeAndre Ayton schon sehr, sehr lange, denn andere Spieler aus seinem Jahrgang, so wie Luka Doncic, Trey Young, SGA und Michael Porter Jr. haben diese Verlängerung zu den Konditionen bekommen, nur der Number-One-Draft-Pick DeAndre Ayton hat das nicht gekriegt und das, obwohl er mit den Suns schon in die Finals gegangen ist, obwohl er in den vergangenen Playoffs sehr effiziente Stats-Up geliefert hat, 16 und 12 bei 65 Prozent aus dem Feld 2021 und 2022 in den letzten Playoffs 19 Punkte und 9 Rebounds. Bei 65 Prozent aus dem Feld. Also er ist effizient, er punktet, er reboundet, er spielt gute Defense. Warum bekommt er nicht die Kohle, die er verlangt, beziehungsweise die er seines Ermessens nachher auch wert ist? Und man kann es ganz easy zusammenfassen. Die Suns haben einfach einen Michael Corleone-Move gemacht und haben gesagt, ey, es ist nichts Persönliches, es ist nur Business und da draußen gibt es für dich höchstwahrscheinlich keinen Markt, wo wir dir die 177 für fünf Jahre geben müssen. Das wird es einfach nicht geben. Das wird einfach nicht passieren. Nur wir können dir das anbieten. Deswegen, wenn du möchtest, such dir gerne einen anderen Vertrag bei einem anderen Team und wir überlegen dann, ob wir diesen Vertrag matchen. Und genau das ist passiert. Die Andre Ayton hat den Sommer über nach verschiedenen Deals geguckt. Es gab jetzt am Ende nur noch die Spurs und die Pacers, die überhaupt das Capspace gehabt hätten, um einen möglichst hohen Vertrag anzubieten. Und diese 133 für vier Jahre wurde dann von Indy eben angeboten. Und da haben die Suns dann gesagt, ey, zu den Konditionen signen wir dich gerne. Wir wollen dir nur nicht die absolute Max-Rookie-Extension geben. Und jetzt haben wir also glückliche Phoenix Suns, die eigentlich alles bekommen hatten, was sie wollten. Und wir haben einen mehr oder weniger unglücklichen DeAndre Ayton, weil er fühlt sich einfach nicht richtig wertgeschätzt. Das haben wir schon in der ganzen letzten Saison gesehen, dass es da so ein bisschen Probleme gab. Zum einen hinter den Kulissen, aber auch spielerisch auf dem Feld. Er kam nicht mehr wirklich klar mit Chris Paul. Er kam nicht mehr wirklich klar mit dem Coach Monty Williams. Und am Ende des Tages haben wir einen unglücklichen jungen Big Man in der NBA, was häufig vorkommt, weil die wenigsten Teams wollen für einen Big Man überbezahlen, wenn er nicht gerade Jokic, Giannis oder Mbita ist. Das sind die Jungs, die diese Verträge dann natürlich auch wert sind. Aber wenn du jemanden hast wie DeAndre Ayton, dann weißt du halt nicht, wie die Zukunft aussieht. Du weißt nicht, wie er spielen würde und was für eine Effizienz er auf dem Feld liefern würde, wenn nicht mehr Chris Paul sein Point Guard ist, sondern zum Beispiel nur noch Campaign. Also das wäre jetzt schon in die Zukunft gesprochen, wenn Chris Paul höchstwahrscheinlich in ein, zwei Jahren einfach nicht mehr der gleiche sein wird, wenn er denn überhaupt dann noch bei Phoenix ist. Und was man auch ganz klar dazu sagen muss, du kannst DeAndre Ayton auch vom Feld spielen. Das haben wir in den letztjährigen Playoffs vor allem gesehen. Wenn die gegnerische Mannschaft klein geht und wirklich auf jeder Position kleine Spieler einsetzt, wendige, schnelle Spieler einsetzt, dann kann DeAndre Ayton da defensiv nicht mehr so viel machen, wenn die einfach das Feld auseinanderziehen, viel penetrating Pass spielen und dann halt über die Shooter vor allem kommen. Er könnte natürlich in so einem Szenario auf dem Feld bleiben, wenn er vorne in der Offensive dafür die Skills hätte, dann diese kleinen Spieler einfach in jedem Angriff zu bestrafen. Aber das hat er ja nicht wirklich, zumindest nicht im letzten Run. Und man hat das einfach gesehen, dass er dann auch öfter mal vom Feld musste, dass Phoenix ohne ihn effizienter war auf dem Feld. Und ich glaube, das sind alles so Gründe, die da mitgeschwungen haben, warum die Suns am Ende gesagt haben, ey, wir bezahlen ihm einfach nicht den Max. Wir geben ihm das, was die anderen Teams offern, wenn sie ihm überhaupt irgendwas anbieten. Wie gesagt, nur die Pacers und die Spurs hatten wirklich die Möglichkeit dazu. Jetzt kam das Angebot von den Pacers, die hätten ihn vielleicht gerne gehabt. Am Ende des Tages haben die Suns jetzt gesagt, der ist Restricted Free Agent. Das heißt, Phoenix hat das letzte Wort, was diese Verträge angeht. Und dann haben sie einfach den Vertrag gematcht und damit bleibt er jetzt erstmal in Phoenix. Was super interessant ist für die ganze Kevin Durant-Personalie, denn Kevin Durant wird ja sehr, sehr lange schon jetzt mit den Suns in Verbindung gebracht. Das heißt, KD, nachdem er seinen Trade gefordert hat, würde am liebsten zu den Suns gehen oder zu den Miami Heat. Das Paket von den Heat ist immer nicht so spannend, aber das Paket von den Suns schon ein bisschen mehr. Wobei man am Anfang da auch dachte, DeAndre Ayton wäre wahrscheinlich mit dabei in diesem Trade. Jetzt mittlerweile ist es gar nicht mehr möglich, denn dadurch, dass er diesen Vertrag jetzt unterschrieben hat bei den Suns oder unterschreiben wird, kann er bis zum 15. Januar 2023 nicht getradet werden. Und selbst dann kann er entscheiden, wohin er getradet werden möchte für ein Jahr. Er hat also quasi für ein Jahr so eine Art Non-Trade-Clause, wo er selbst entscheiden kann, zu welchem Team er getradet wird und die Suns können ihn sowieso erst im Januar traden. Das ist natürlich interessant, weil Kevin Durant will, wenn man dem Berichten glauben mag, so schnell es geht aus Brooklyn weg. Brooklyn würde ihn natürlich auch gerne vor der Saison schon loswerden und nicht jetzt in so eine toxische Situation am Anfang der Spielzeit abrutschen. Also das ist ganz interessant, aber am Ende des Tages müsste Ayton, glaube ich, nicht mal wirklich in diesem Trade mit drin sein. Denn die Suns haben so viele Spieler auf der Payroll und sie haben ja mit Mikael Bridges jemand, der schon mal 20 Millionen mitbringt. Vielleicht wirfst du dann noch Crowder da mit rein. Man hat gehört, dass die Nets ganz gerne Cam Johnson mit in dem Deal hätten. Und wenn du dann noch ein paar Picks mit reinwirfst, könnte es doch eigentlich schon funktionieren von den Salaries, also von den Gehältern, dass das ungefähr matcht mit KD. Und möglicherweise, und quotet mich jetzt hier nicht, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber möglicherweise könntest du dann echt ein Team haben aus Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant und DeAndre Ayton. Und das wäre schon ein brutales Team, ein brutal teures Team. So müssen wir nicht drüber reden und man hätte auch einige Spieler dafür verloren. Aber ich glaube, die Suns landen diese Saison so oder so über der Luxury Tax, also müssen so oder so, weil sie über das normale Limit der Gehälter, der Spielergehälter verstoßen, müssen sie sowieso Luxury Tax zahlen. Und ich schätze, dass sie das für eine Saison mit Kevin Durant und mit den anderen drei Stars, die ich gerade genannt habe, ich glaube, das würden die schon riskieren, beziehungsweise einfach ein Jahr zahlen und dann gucken, ob sie dabei bleiben oder ob sie dann doch jemand traden oder das Experiment halt einfach als gescheitert erklären und dann blowt das Team ab. Das werden wir dann sehen. Insgesamt muss ich sagen, dass die Suns hier meiner Meinung nach eigentlich einen relativ guten Deal gemacht haben, weil ich finde persönlich, dass Ayton schon eine Menge Geld wert ist. Ich glaube, dass er gerade in dieser Mannschaft, in der er ist mit Chris Paul und Devin Booker, ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein kann für tiefe Playoff-Runs, selbst wenn sie Kevin Durant nicht bekommen. Und deswegen finde ich es gut, dass er die 133 für vier Jahre bekommt. 177 für fünf ist halt leider schon eher so für die Stars beziehungsweise Superstars im Falle von Luca oder All-Stars im Falle von Trey oder halt All-Star-Potenzial bei SGA und bei MPJ. Und überall da ist DeAndre Ayton im Moment nicht. Er hat theoretisch das Potenzial, vielleicht irgendwann mal als All-Star-Center mit reinzurutschen, aber das ist nicht auf dem gleichen Level wie die anderen Spieler, über die wir gerade geredet haben. Und dafür ist der Vertrag eigentlich fair. Die Suns haben hier keine persönlichen Emotionen mit reingebracht, sondern haben es rein geschäftlich gehalten, haben es sehr Michael Corleone-mäßig abgewickelt. Und am Ende des Tages, DeAndre Ayton ist jung, der wird nochmal einen großen Vertrag irgendwann unterschreiben können und diese paar Millionen, die da jetzt liegen geblieben sind, denke ich, dass er auch wieder reinholen kann mit dem nächsten Deal. Und ich sage das eigentlich schon immer, ich finde es mega schade, dass es da scheinbar diese Kluft mittlerweile gibt zwischen Chris Paul und Ayton, weil ich die beiden im Zusammenspiel eigentlich super fand und ich auch die Suns deswegen immer so gefürchtet habe, auch damals in den Finals gegen die Bucks, weil sie eben Ayton haben und weil sie eben so viele verschiedene Lineups spielen können, unter anderem mit ihm, wo sie halt sehr groß spielen können und defensiv ist er einfach ein Faktor, offensiv ist er wahnsinnig effizient, wenn er den Ball denn mal in den Händen hält. Also ich hatte schon immer ein bisschen Sorge gegen dieses Team und deswegen, wenn sie weiterhin Erfolg gefeiern wollen, dann glaube ich, ist ihr bester Weg einfach, dass sie Ayton behalten und mit ihm auch in den nächsten ein, zwei Jahren spielen, solange Chris Paul zumindest diese Leistungen noch bringen kann. Es ist mega spannend, wir leben in einer total verrückten NBA-Zeit, wo irgendwie jeder zu jedem Zeitpunkt einen Trade fordern kann. Es kann sein, dass DeAndre Ayton jetzt die nächsten drei Monate kein Basketball spielt und dann im Januar sagt, er möchte jetzt getradet werden und er spielt nie wieder für die Suns. Das ist alles möglich, es ist so eine verrückte Zeit irgendwie. Wie gesagt, ich finde den Vertrag eigentlich fair und ich glaube, er würde gut daran tun, einfach bei den Suns zu bleiben, genauso wie die Suns gut daran tun würden, einfach die Beziehung mit Ayton zu reparieren und dafür zu sorgen, dass er sich wieder wohlfühlt. Und dann kannst du doch in der Western Conference meiner Meinung nach auch wieder angreifen. Das war ein super kompliziertes, schwieriges Video irgendwie für mich zum Durchkommen, weil es so viele verschiedene Vertragssachen da drin gab. Nicht, dass das jetzt so schwierig wäre, alles zu verstehen, aber das so ins Video zu bekommen, dass alles mit drin ist und man trotzdem nicht das Gefühl hat, man hört gerade seinem Geschichtsprofessor zu. War auf jeden Fall eine Challenge. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gemeistert und es war nicht zu langweilig für euch. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr jetzt, was mit Kevin Durant passiert? Was denkt ihr, bleibt Ayton dort oder wird er dann am 15. Januar möglicherweise getradet? Bin da auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, vor allem von den Suns-Fans, die noch ein bisschen mehr beim Team dabei sind und ein bisschen mehr drin sind, was diese Franchise angeht. Ich bin jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.